Hey, liebes Rainbow Team! Gratis, Bo, Födel, Sedagen! Alles Gute zum Geburtstag! Seit 1991 begleitet er jetzt kompetent und einfühlsam, vor allem menschlich, Kinder, Erwachsene und Familien durch schwierige Phasen in ihrem Leben. Und er leistet somit einen äußerst wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Und vor nahezu zwei Jahrzehnten haben sich die Wege von Ikea Graz und Rainbow zum ersten Mal gekreuzt. Wir freuen uns sehr, dass wir euch seitdem immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise Hilfe und Unterstützung anbieten konnten. Uns ist bei unserem Engagement ganz besonders wichtig, dass wir durch euch Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung in Graz und der gesamten Steiermark helfen können. Für die Zukunft wünschen wir euch, dass euer Tun verstärkt Wahrnehmung findet und auch Unterstützung in der Gesellschaft, damit ihr weiterhin in der Lage seid, eure anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe in vollem Umfang zu erfüllen.